Yo Leute, was geht ab? Heute wollte ich mit euch bereden ob ich, also wie wir das jetzt weitermachen werden mit Videos und so Leute und heute würde ich sagen also ich würde, ich hab mir heute so ein bisschen Gedanken gemacht darüber und ich hab mir so überlegt dass ich, ähm, würde ich sagen halt, ihr, also in Fortnite halt den Item Shop, ähm jeden Tag, ähm zeige den hier, oder so, den Item Shop hier zeige, ich hab im Moment grad nicht so viel in Item Shop, das wundert mich ein bisschen, aber okay Leute ähm und ja, wir werden das also jeden Tag werde ich auf jeden Fall den Shop bringen, ich kann euch nicht versprechen, dass es jetzt irgendwie wirklich 4 Uhr morgens ist, aber so 6 Uhr wird's schon hinkommen gut so 8 Uhr, so 6, 8 Uhr äh oder, ja, 8 Uhr, 7 Uhr Leute, das werdet ihr schon noch sehen also morgen wird auf jeden Fall, ähm Shop-Video kommen in der Früh also jeden Tag kommt täglich ein Video halt Shop-Videos Leute, aber ich bin, ich werde vielleicht noch Rollerplays hoch, ähm bringen mit meinen Freunden, Leute wenn wir neue Ideen, ähm, haben und ja Leute, dann wünsche ich euch für die nächsten Videos ganz viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal